Herr Ruß, in der PK waren Sie alles andere als zufrieden mit Ihrer Mannschaft. Wie haben Sie das Spiel gesehen und können Sie mehr über die Leistung sagen? Ja, zu Recht war ich unzufrieden. Klar, wir haben einen Punkt mitgenommen, aber im Großen und Ganzen hat es überall gefällt. Wir waren überhaupt nicht aggressiv. Wir haben unglaublich viele und leichte Fälle gemacht. Dadurch baust du die gegnerische Mannschaft auf und das war nicht das Ziel. Von fußballerisch her, es hat auch überhaupt nicht funktioniert. Wir haben uns nicht in den Freiräume bewegt und insgesamt die Bewegung war viel zu wenig. Und wenn man sich nicht bewegt, dann musst du immer den Gegnern hinterherlaufen. Der Stürmer Dominik Salz hat heute gefehlt. Hat das die Bedeutung im Spiel gehabt, die das Ergebnis dann hervorgebracht hat? Ja, mit Sicherheit. Dominik Salz ist der beste Stürmer in der Liga. Ja, wenn wir nicht ins Spiel kommen, haben wir immer noch die Möglichkeit, den Dominik Salz nicht einen langen Ball ins Spiel zu bringen. Der ist immer torgefährlich. Ja, aber der war verletzt heute und es sind andere Spieler zum Zug gekommen. Ja, die haben es nicht so hingekriegt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Was verfolgen Sie noch für Ziele diese Saison? Es gibt ja tabellarisch für Sie jetzt nicht mal viel zu erreichen. Doch, mit Sicherheit. Tabellarisch. Wir wollen den dritten Platz erreichen. Es sind noch ein paar Spiele zu spielen. Das sind gute Gegner. Ich gehe davon aus, dass wir die Spiele gewinnen, dass wir alle bzw. ich mit der Mannschaft unbedingt dritter werden will und dafür müssen wir alles dafür tun. Jetzt ist es ja vor ein paar Wochen bekannt gegeben, dass Sie zum Ende der Saison den Trainerposten freigeben. Wie wirkt sich das aus und wirkt sich das irgendwie auf die Spielmoral aus oder auf Ihre Moral als Trainer aus? Nein, auf gar keinen Fall. Die Mannschaft zieht es mit bis zum Schluss. So haben wir ausgemacht. Ich genau dasselbe. Wir müssen uns einfach profihaft verhalten und das werden wir auch so tun. Ich will mich auch sauber hier verabschieden. Von daher ist der dritte Platz in Sicht und den dritten Platz werden wir auch erreichen. Gibt es schon irgendwas über Ihre Zukunft? Steht da schon was fest oder denken Sie da noch gar nicht drüber nach? Ich denke noch gar nicht drüber nach. Natürlich gibt es einen oder anderen Anruf, aber es ist einfach viel zu früh, irgendwas zu sagen. Der nächste Gegner ist Offenburger HV. Wie werden Sie versuchen, dieses Spiel anzugehen und den Gegner zu packen? Wir müssen auf jeden Fall besser spielen. Ja, ich möchte, dass wir dann in Offenburg über 90 Minuten das Spiel bestimmte Mannschaft sind. Aber jetzt müssen wir sehen, wer noch verletzt ist. Es wird nicht einfach sein. Offenburg muss auch unbedingt punkten und wir werden es nicht zulassen. Herr Ruß, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön.